Hallihallo zur nächsten Folge von OneTourter mit BlueCube, Beamer und Brandon. Hallo Chicos. Hallo. Jo, ihr könnt euch zu mir porten, ich bin jetzt irgendwo hier. So. Irgendwo. Ich komm sofort. Irgendwo. Ich hab irgendwie das Gefühl, wir werden es nicht schaffen. Hab ich so ein leichtes Gefühl. Aber auf einer freien Fläche ist es ein bisschen kacke. Ich hätte es eher in einer Höhle oder so gemacht. Genau, wenn wir brennen, damit wir es richtig brennen oder was? Ja, aber in der Höhle kann er ja nicht nach oben steigen. Ja, okay, dann komm her. Dann hier. Hier ist gleich um die Ecke in der Höhle. Krass. Seht ihr mich? Genau. Ja. Hier. Ich hätte mir vielleicht meine Diamantrüstung holen sollen. Egal. So schnell wird der Bossfight schon nicht. Genau. Der Doppelbossfight. Ja, warte. Wir können uns auch einfach hier reingraben. So eine Höhle. Ja. Hat jemand eine Axt dabei? Äh, eine Spitzhacke? Ja, ich habe eine Spitzhacke. Ja, komm her, mach mal hier eine Höhle. Ja, wenn ich weiß, wo du bist. Hier, hinter dir. Da. Da waren jetzt einfach viel zu viele Menschen. Da mache ich. So, kommt her. Es geht gleich los, es geht gleich los. Ach, Leder brauchen wir. Und die Kuh. Hier. Ey, wenn ich die Kuh haue. Genau, mach jetzt einen Raum richtig. Einen richtigen Raum. Ja, ich buddel erstmal nach unten. Nein, stopp, 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 stopp. Wir machen zu. Mach jetzt einen Raum draus. Nicht runterbuddeln. Mach einen Raum. Ah. Ja, ich habe doch gesagt, ich buddel erstmal weiter nach unten. Dass er nach oben auch Platz hat. Weil der sprengt sich ja nochmal. Hat jemand von euch keine Axt mit, äh, keine Spitzhacke dabei oder so? Hat jemand eine Spitzhacke? Sehe ich aus? Doch. Ich habe noch eine übrig. Ja, geh da rein. Schmeiß mal her. Danke. Ihr sauf mich jetzt. Könnt mich mal. Oh, ich tue paar Schweine töten. Lehm! Lehm gefunden. Oh, Pilze. Es ist ja dunkel, Leute. Habt ihr eigentlich noch nicht mal? Ich habe auch genug Lehm. Hat jemand Fackeln dabei? Fackeln. Die habe ich weg. Die habe ich weg. Ja, dann warte mal ganz kurz. TP... Home. Dann TP Home. So. So, jetzt. Home einfach nur. Einfach nur Home. Jetzt akzeptiert keiner die, äh, TP Anfrage von Jenny, ja? Ja, aber das hier hat die Uhr der Köpfe. Ach, scheiße. Ich bin schon da. Ja, kannst du damit backen. So, die Kohle erstmal wegmachen. Du fliegst, Blue. Du hast Fly an. Echt? Nö. Schöpfe ganz normal. Ja, dann bleib mal kurz vor mir stehen. Bleib mal vor mir stehen. Jetzt nicht mehr. Hat es gerade mal gebuckt. Bei mir. Hier ist es gebuckt so. Was denn? Ja. So, stopp. Jetzt platzier bitte. Jetzt ist eine Granate rein. Jetzt platzier bitte genau hier. Warte. Platzier. Warte. Seid ihr bereit? Erstmal zumachen. Erstmal zumachen. Wir brauchen keine Rückzugsmöglichkeiten. Zumachen. Go. Komm rein. Weil ich möchte nicht von Creepern irgendwie weggesprengt werden. Okay. Oh shit, Junge. Das wird lustig. Viel Spaß bei der Idee. Komm mal. Eins. Oh shit. Ja, weil das sprengt sich ja noch. Mensch, was? Kannst du da hinten die drei Steine weg machen? Weil es zieht sich automatisch rein. Da hinten. Ach du Schreck. Oh, ich muss irgendwie gerade auf Klo. Eins. Zwei. Kurz ab, K. Oh oh. Geh nach vorne. Geh nach vorne, Frankie. Ja verdammt. Ja, geh nach vorne. Hört auf dich zu schlagen. Drei. Zwei. Zwei. Esst. Das ist doch geil. Drei. Zwei. Eins. Und jetzt. Oh Gott. Geh auf jeden. Geh noch nicht drauf. Der explodiert nochmal. Seid nicht aber lang, du. Na komm. So und der Flo ist jetzt alleine da unten. Nein, nein, nein. Wir sollten halt nicht in den Weg rein rennen. Genau. Ho, 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 ho. Wenn jemand stirbt, äh, stirbt richtig, ne. Nein, 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 nein. Schlag, 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 der ist gleich weg, der ist gleich weg, der ist gleich weg. Ja, der ist weg. Jemand hat mich gekehren, dein letztes Schlag. Wurde während eines Kampfes mit Blutschanny geröstet. Mann, beim letzten Schlag auch noch. Und wer hat jetzt XP bekommen? Alle. Ja, ich auf keinen Fall. Ich auf keinen Fall. Hey, wer hat Branden Sachen? Ja, ich brauch mein... Ja, gut, Beam. Ich, Branden, hier. Und wer hat's... Was hat's denn noch? Hütchen hattest du? Das war Branden. Wer hat den Stern? Wer hat den Stern? Wer hat den Stern? Axt. Wer hat den Stern? Ich, ich, ich. Du? Dann geb ich mal mir. Hier, hier mit. So. Mehr hab ich nicht von dir. Ich hatte noch übern Stack Souls. Ah, okay. Ich wollt grad schon sagen. Was hast du noch? So. Stein. Ähm. Den nächsten Neter Stern ist für mich. Hier, ich hab noch Neter Zeug. War das auch dir? Ja, wahrscheinlich. Also, diese Negerzie... Zeug. Negerziegel. Hier. Wo ist denn Negerziegel? Oh mein Gott. Genau. Geh weg. Aber irgendwie, ich glaub, meine Blase platzt gleich. Platz hier. Oh Gott. Warte kurz. Ich muss nochmal überprüfen, ob ich wirklich alles anhabe. Eins, zwei. Ich hab den letzten. Ey, der letzte. Ja, okay. Go. Jetzt. Drei, zwei, eins. Ah. Weg. Ah, mein Bogen stimmt und meine Feine total vergessen. Geh weg. Beamer. Ich hab was. Geh weg, Beamer. Genau. Voll rengesprungen. Genius, ey. Ich bin jetzt schon wieder halb down, ey. Nicht schlag, 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 schlag. Oh mein Gott, ich bin so dumm. Ich bin so dumm. Ich spring rein. Ich spring wirklich rein. Macht mal ruhig. Wo muss ich eigentlich schlafen? Na, macht doch schlafen. Einfach draufhauen. Okay, mein Stern. Wo ist er? Ja, Beamer hat ihn wieder. Mein Stern. Beamer hat ihn wieder. Ich hab dich gesehen. Was? Was für ein Stern? Yeah. Das haben wir innerhalb von 15 Minuten geschafft. Von 6 Minuten zu 2. Ey, das ist geil. Ja, wir können jetzt dann nochmal welche farmen und dann kriegt ihr auch Sterne, okay? Okay. Und was machst du mit den Sternen? Damit kann man so ein Leuchtfeuer machen. Okay. Aber das ist die Leute. Oder wir machen es so. Wir, also Jenny und ich, farmen wieder weiter die Lederköpfe. Äh, die Enderköpfe, genau. Die Widderköpfe. Und ihr ist da mit Diamanten. Okay? Komm raus, komm raus. Komm raus, komm raus. Komm raus, komm raus. Warum? Also die Frage ist einfach, ja. Eben, slash home einfach. Einfach slash home. Slash home, baby. So. Dann werde ich jetzt mal gleich mich an die Arbeit setzen. Ach, wie schön. Hat aber relativ einfach geklappt, muss man schon sagen. Ja, ich hab gedacht, das wär jetzt schwieriger. Ja, ich hab eigentlich gedacht, dass ich zweimal sterb. Hab ich eigentlich gedacht, dass ich mindestens zweimal sterb. Ach, wie das da steht, ganz ehrlich hier. Frankie wurde während eines Kampfes mit Blue Jenny geröstet. Oh mein Gott. Ihr Quäler. So. Ja, echt so. Ja. Oh. Geh mal. Weg. Ich müsste mal kurz aufklafen. Bei mir beendet die Folge. Bis dahin, Leute. Ciao. Ciao. Ciao.